Wir wollen uns nochmal einen Überblick über die prägenden Punkte von Bruchfunktionen verschaffen. Dazu erstmal wieder die Funktionsgleichung, welche hier ein Quotient zweier Polynome ist. Und wir sehen, dass wir uns bei dem Polynom auf Polynome vierten Grades beschränken. Und wir wissen auch schon, dass der obere Grad des Polynoms mit m bezeichnet wird und der untere Grad des Nennerpolynoms mit einem kleinen n. Und das erlaubt uns, die Bruchfunktionen dann auch in solche einzuteilen, wo m kleiner als n ist, wo m gleich n ist und wo m größer als n ist. Das sind die Bruchfunktionen, die wir dann eben auch so betrachten wollen. Und wir wollen uns die prägenden Punkte anschauen. Da wissen wir schon, dass wir einmal das Anstiegsverhalten, zum anderen das Krümmungsverhalten uns genauer ansehen. Und zwar wird der Anstieg 0. Und wenn der Anstieg nicht 0 wird, wird der Dresen 0. Also diese beiden Sachen. Und dadurch können wir dann zu unseren prägenden Punkten gelangen. Denn wenn der Anstieg zum Beispiel 0 ist, dann wäre hier die erste Ableitung 0 und würde eine Nullstelle erzeugen. Und eine Nullstelle ist immer eine gemeinsame Stelle mit der x-Achse. Und die Funktion kann die x-Achse dann entweder schneiden oder berühren. Und wenn wir einen Schnitt haben, dann hätten wir einen Vorzeichenwechsel, der dadurch entsteht. Und bei einer Berührung kommt kein Vorzeichenwechsel zustande. Und wie diese Vorzeichen sich in der Nullstellenumgebung verhalten, das führt dann nochmal zu der Art unserer Punkte. Also bei einem Schnitt wäre es so, dass dieser von unten oder von oben passieren würde. Und wenn es von unten ist, ist es von Minus zu Plus als Vorzeichenwechsel. Und dann hätten wir einen Extrempunkt, welcher als Minimum charakterisiert wird. Denn der Anstieg würde dann dementsprechend erst fallen und dann wieder steigen. Wenn der Schnitt von oben passiert, dann hätten wir einen Vorzeichenwechsel von Plus zu Minus, was dann ein Maximum ergeben würde. Denn der Anstieg würde dann von steigend zu fallend beim Durchgang durch den Extrempunkt sein. Ja, und wenn wir da eine Berührung haben, findet eben kein Vorzeichenwechsel statt. Und die Berührung kann aber auch eben wieder von unten passieren oder von oben. Wenn sie von unten passiert, dann bleibt das Vorzeichen in der Nullstellenumgebung auf Minus. Und dementsprechend würde der Anstieg immer fallend sein. Wir hätten also einen sogenannten Sattelfall. Und wenn es von oben berührt wird, sind die Vorzeichen immer positiv. Dann hätten wir einen Sattelstieg. Das wäre sozusagen unsere Extrem- und Sattelpunkt. Und jetzt wollen wir uns mal um die Wände- und Flachpunkte kümmern. Da ist ganz wichtig, dass die einen Anstieg haben sollen. Also die prüfen wir meistens auch dann, wenn wir hier mit der Anstiegsprüfung durch sind und die Nullstellen des Anstiegs schon alle einsortiert haben. Dann prüfen wir eigentlich erst den Dresen. Deshalb haben wir auch erstens und zweitens. Und auch dort ist wieder so, Dresen hat eine Nullstelle. Nehme ich eine Nullstelle der zweiten Ableitung. Und auch diese Ableitung kann die Achse schneiden oder berühren. Wenn wir hier einen Schnitt haben, liegt ein Vorzeichenwechsel vor. Wenn wir eine Berührung haben, gibt es keinen Vorzeichenwechsel. Und wie der ist, wollen wir uns jetzt wieder genauer anschauen. Wir haben beim Schnitt wieder die Möglichkeit, von unten oder von oben zu schneiden. Wenn von unten geschnitten wird, ist ein Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus. Dann hätten wir in dem Fall einen Wendepunkt. Und in seiner Art, also von Minus zu Plus, wird geschnitten. Das heißt, der Dresen würde von rechts nach links wechseln. Deshalb hätten wir dort einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und wenn der Schnitt von oben passiert, dann wäre der Vorzeichenwechsel auch vorhanden. Diesmal allerdings von Plus zu Minus. Das heißt, es würde von links nach rechts drehend wechseln. Und dann hätten wir einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Und die Berührung, was dann unsere berühmten Flachpunkte ergibt, das wäre dann wieder so, dass die auch von unten und von oben erfolgen kann. Denn da wäre ja der Fall, dass wir keine Vorzeichenwechsel haben. Von unten haben wir nur negative Werte. Und negativ heißt für uns rechts drehend. Und deshalb haben wir dort einen rechts flach. Und wenn die zweite Ableitung die x-Achse von oben berührt, dann hätten wir dort immer eine Linksdrehung drin oder eine Linkskrümmung. dementsprechend nur positive Vorzeichen in der Nullständenumgebung und ein Linksflach. Und das sind nochmal alle unsere Wendepunkte. Und genau das wollen wir jetzt untersuchen. Wir wollen also diese acht Punkte schauen, ob wir die alle für Bruchfunktionen erreichen können. Beziehungsweise ob wir die vorfinden können. Und da fangen wir an mit Bruchfunktionen, wo der Grad des Zählerpolynoms kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms. Die sehen zum Beispiel so aus. Hier haben wir mal eine Funktion, welche eine Asymptote hat. Und wir wollen jetzt wirklich nicht nochmal die ganzen mathematischen Sachen besprechen. Es gibt ja Einzelvideos zu allen prägenden Punkten, wo wir genau auch in den Graphen sagen, warum das prägende Punkte mit einer bestimmten Art sind. Und wir wollen die also nur einzeichnen. Und das Erste, was uns hier ins Auge fällt, sind natürlich Extrempunkte. Die liegen hier in Form eines Maximums und eines Minimums vor. Wir sehen auch die x-Achse, die ist ja die waagerechte Asymptote. Das steht dann hier nochmal unten im Prinzip da. Das ist damit gemeint. Und die Funktion nähert sich dieser Achse an. Aber wenn die so eine Biegung macht, also diese Funktion hat natürlich auch Wendepunkte. Die hat hier also einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Dann hätten wir auch mal so eine Funktion, wo sozusagen zwei Extrempunkte schon mal auftauchen. Auch unterschiedlicher Art. Also zuerst hätten wir unsere ein Minimum, dann ein Maximum, dann hier noch ein Maximum und hier auch nochmal ein Minimum. Ja, und dann natürlich auf dem Weg dahin eine Wendestelle mit einem Anstiegsminimum. In der Mitte eine Wendestelle mit einem Anstiegsmaximum. Und dann nochmal, weil diese Funktion ja auch wieder zurückdreht, eine Wendestelle mit einem Anstiegsminimum. Und auf der rechten Seite ist das im Prinzip genau andersrum. Da haben wir eine Wendestelle mit einem Anstiegsmaximum. Hier nochmal Wendestelle mit Anstiegsminimum. Und dort nochmal eine Wendestelle mit Anstiegsmaximum. Jetzt haben wir nochmal so eine Funktion. Auch hier schön zu sehen. Minima und Maxima. Ja, also links ein Maximum, rechts ein Minimum. Und das wären also unsere Extrempunkte. Hier tauchen jetzt zum ersten Mal auch Sattelpunkte auf. Nämlich hier in Form eines Sattelfalls und hier in Form eines Sattelstieges. Selbstverständlich dürfen unsere Wendepunkte nicht fehlen. Hier ist ein Anstiegsmaximum. Hier ist ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und dort ist nochmal ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und auf der rechten Seite hätten wir auch nochmal ein Anstiegsminimum bei einer Wendestelle. Anstiegsmaximum. Und Anstiegsmaximum bei zwei weiteren Wendestellen. Jetzt haben wir nochmal so eine Funktion, wo tatsächlich auch Extrempunkte vorliegen. Nämlich hier ein Minimum. Da ist es noch ein Maximum. Und hier drüben ist es ähnlich. Auch hier ein Minimum und ein Maximum. Und Sattelpunkte haben wir hier nicht. Aber wir haben noch Wendepunkte. Hier in Form eines Anstiegsminimums. Dort noch ein Anstiegsminimum. Auf der rechten Seite auch nochmal ein Anstiegsminimum. Und hier auch nochmal ein Anstiegsminimum. Und dann hätten wir hier auch noch Flachpunkte erstmalig. Also das kann natürlich auch sein. Links ein Linksflach. Rechts ein Rechtsflach. Und jetzt wollen wir uns mal Pro Funktion anschauen, die einen Grad haben, der gleich ist im Zähler und im Nenner für die Polynome. Sieht zum Beispiel so aus. Ganz klassisch. Da hätten wir hier ein Maximum, hier ein Minimum. Und solche Funktionen hätten dann immer, das steht hier unten, also sie hätten neben den senkrechten Asymptoten hier eine waagerechte Asymptote, die eben nicht der x-Achse entspricht, sondern überall liegen kann. Wenn wir jetzt mal gucken, Extrempunkte. Jetzt hier nochmal ein Maximum, hier auch nochmal ein Maximum. Und jetzt taucht hier auch schon mal ein Wendepunkt noch mit auf. In Form eines Anstiegsmaximums. Und hier ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum in seiner Art. Dann hätten wir hier mal einen Fall, wo auch ein Sattelpunkt vorliegen würde. Nämlich einen Sattelstieg und einen Sattelfall. Also Sattelpunkte gibt es da auch. Naja, und dann fehlen uns natürlich, wir ahnen es schon, hier nochmal neben unseren Extrempunkten, also Minimum, Maximum, fehlen uns hier noch die Flachpunkte. Und die sind nämlich einmal hier mit einem Linksflach und einmal hier mit einem Rechtsflach zu sehen. Also auch Bruchfunktionen, wo der Grad gleich ist, wo der Grad des Zähler- und des Nennerpolynoms gleich ist, haben erstmal alle prägenden Punkte. Und jetzt wollen wir uns nochmal die Bruchfunktionen anschauen, wo der Grad des Zählerpolynoms größer als der Grad des Nennerpolynoms ist. Und da kommt immer so eine tolle Asymptote zustande, die auch mal einfach eine Funktion sein kann. Hier zum Beispiel in Form von einer quadratischen Funktion, also eine Parabelform, wenn man so will, hier nach oben geöffnet und hier nach unten geöffnet, wo sich die Funktion dann jeweils für die Unendlichkeit anschmiegt. Und ganz klar, hier zu sehen, erstmal nur ein Minimum und ein Maximum. Aber wenn wir uns da an den Rändern mal auch noch umschauen, sehen wir hier ganz klar Wendepunkte. Das ist ein Anstiegsmaximum, hier noch ein Anstiegsminimum. Hier drüben gibt es dann auch noch einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum und einen mit einem Anstiegsmaximum. Also hier haben wir schon mal Extrem- und Wendepunkte. Dann hätten wir hier nochmal so einen Fall, wo wir sagen, hier ist ein Extrempunkt vor einem Minimum, hier ist einer Maximum. Und mal so ganz klassische Wendepunkte, also hier noch ein Wendepunkt mit einem Minimum. Da versteckt sich auch noch einer am Rand, ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und auf der rechten Seite hätten wir hier noch einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum und hier noch einen auch mit einem Anstiegsminimum. Also immer von rechts nach links drehend. Das sind noch zwei Funktionen, wo wir neben unseren Extrempunkten, hier ein Minimum, dort ein Maximum, auch Sattelpunkte vorfinden. Nehme ich einmal einen Sattelfall und einen Sattelstieg. Also es gibt jetzt also auch die Sattelpunkte für diese Funktion. Dann hätten wir hier noch einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum und hier einen mit einem Anstiegsminimum. Ja, und zu guter Letzt, wir ahnen es schon, neben unseren Minima und Maxima, hier auf beiden Seiten überall, finden wir noch Flachpunkte vor. Nämlich einmal hier einen Rechtsflach links und im rechten Bild einen Linksflach. Und damit hätten wir auch schon unsere prägenden Punkte komplett. Jetzt wollen wir uns nochmal den Sonderfall anschauen. Das sind Bruchfunktionen, wo der Grad des Zählerpolynoms um 1 größer ist als der Grad des Nennerpolynoms. Also kurz gesagt, m ist gleich n plus 1. Und das ist immer der Fall, wenn wir solche schrägen Asymptomen vorfinden. Also ein Asymptoten in Form einer Gerade, welche hier steigend ist und hier fallend. Und die Funktion schmiegt sich dann dort ran, in der Unendlichkeit an. Und da sehen wir eigentlich erstmal nur Extrempunkte vorliegen. Hier ist ein Maximum, hier ist ein Minimum, hier ist ein Minimum und hier ist ein Maximum. Das kann aber auch mal anders sein, das könnte auch mal sowas sein. Da hätten wir wieder Minimum und Minimum. Ja, also Extrempunkte auf jeden Fall, aber auch Wendepunkte hier mit einem Anstiegsminimum, hier ein mit einem Anstiegsmaximum, also auch beide Arten schon mal. Da noch ein mit einem Anstiegsminimum. Und hier hätten wir auch einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum, einen mit einem Anstiegsminimum und schließlich noch einen mit einem Anstiegsmaximum. Selbstverständlich dürfen auch hier neben unseren Extrempunkten unsere Sattelpunkte nicht fehlen. Und das hätten wir hier einmal mit einem Sattelfall und hier mit einem Sattelstieg. Ja, und dann fehlen uns ja eigentlich noch unsere Flachpunkte. Also zunächst markieren wir uns wieder unsere Extrempunkte, Maximum, Minimum, Minimum, Maximum. Und schließlich sehen wir ja auch noch, okay, da gibt es Wendepunkte, wollen wir auch nicht vergessen, Anstiegsmaximum, hier noch einen mit dem Anstiegsminimum. Und jetzt kommen wir endlich mal zu unseren Flachpunkten, nämlich einmal einen linksflach und einmal einen rechtsflach. Und damit sehen wir auch hier wunderbar, dass diese Bruchfunktionen auch alle Wendepunkte jeder prägenden Art enthalten können. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir für alle Arten von unseren Bruchfunktionen auch alle Arten von unseren prägenden Punkten vorfinden können. Also, das betrifft alle Extrem-, Sattel-, Wände- und Flachpunkte. Bei Fragen schreibt in den Kommentaren ansonsten noch viel Spaß mit allen weiteren Videos.